Zahnvereinviertelungen sind eine der haufigsten zahnarztlichen Behandlungen, die im Laufe des Lebens vieler Menschen erforderlich werden. Sie dienen dazu, Caria S.E. Latscher in den Zahninen zu F.A. ein Viertel Lenn und die Struktur des Zahnes wiederherzustellen. In diesem Video werde ich A. ein Viertel BER die verschiedenen Arten von Zahnvereinviertelungen und deren Platzierung sprechen. Es gibt verschiedene Arten von Zahnvereinviertelungen, die je nach den Bäder-Einviertlerfnissen des Patienten und der Position des zu F.A. ein Viertel Lendenzahns aus Gewahr HLT werden. Die bekanntesten Typen sind Amalgamvereinviertelungen, Kunststoffvereinviertelungen, Keramikvereinviertelungen und Goldvereinviertelungen. Amalgamvereinviertelungen bestehen aus einer Mischung von Quecksilber, Silber, Zinn und Kupfer. Sie sind robust und langlebig, aber aufgrund ihrer dunklen Farbe sind sie in astetischer Hinsicht nicht die beste Wahl. Kunststoffvereinviertelungen, auch Kompositvereinviertelungen genannt, bestehen aus Kunststoffharz und werden direkt in den Zahn eingebracht. Sie haben den Vorteil, dass sie farblich an den natteinviertlerischen Zahn angepasst werden kann und daher Unauffalliger sind. Keramikvereinviertelungen werden aus Porzellan oder Zirkonoxid hergestellt und sind besonders F.A. ein Viertel eher die F.A. ein Viertelung der Fronza nie geeignet, da sie sehr naturgetreu wirken. Goldvereinviertelungen werden aus einer Legierung von Gold und anderen Metallen hergestellt und sind extrem langlebig, aber auch sehr teuer. Die Platzierung der Zahnvereinviertelungen HNGT von der GAA Eie des zu F.A. ein Viertel Lendenlochs und der Position des Zahns im Gebiss ab. In der Regel werden F.A. ein Viertelungen in den Zahn geschichtet und schrittweise aufgebaut, um eine gute Haftung und Haltbarkeit zu gewahre leisten. Bei tieferen Karieslasionen kann es erforderlich sein, zuerst eine F.A. ein Viertelung einzusetzen, die den Zahn vor weiterem verfallsche ein Viertel TZT, bevor die endgareinviertelältige F.A. ein Viertelung eingebracht wird. Es gibt auch spezielle F.A. ein Viertelungstechniken wie die Adersiv-Technik, bei der die F.A. ein Viertelung sehr da ein Viertel NN und schichtweise aufgetragen wird, um eine maximale Haftung an den Zahn zu gewahre leisten. Diese Technik wird oft bei Kunststoffeinviertelungen angewendet, um ein asthetisches Ergebnis zu erzielen. Die Platzierung von Zahnvereinviertelungen erfordert eine sorgverältige Planung und Durchvereinviertelung, um sicherzustellen, dass der Zahn stabil bleibt und keine weiteren Schadden entstehen. Ein erfahrener Zahnarzt wird die beste Wahl F.A. ein Viertel R. die Behandlung von Zahnvereinviertelungen sein und kann den Patienten A. ein Viertel B. e. R. die verschiedenen Optionen beraten. Insgesamt sind Zahnvereinviertelungen eine wichtige Behandlungsmethode, um die Funktionalität und A-Asthetik der Z.A. nie zu erhalten. Mit den verschiedenen Arten von Zahnvereinviertelungen und deren Platzierungsmaglichkeiten kann der Zahnarzt eine individuelle Lassung F.A. ein Viertel er jeden Patienten finden und sicherstellen, dass der Zahn gesund bleibt. Abschlieeint ist es wichtig, regelma-eige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt durchzufahren Viertelrenn, um Caria S.E. Latschiafra einviertelzeitig zu erkennen und zu behandeln. Eine gute Mundhygiene und regelma-eiges Zahneputzen sind ebenfalls entscheidend, um die Bildung von Caries zu vermeiden. Mit der richtigen Pflege kann Ihnen die Zahnie ein Leben lang gesund und funktionsfähig bleiben.